sachen auf youtube hochladen auf meinen kanal hier auf prime offiziell sehr viel liebe raus an laiko die unterstützt mich da perfekt und ist auch hier die moderation auf jeden fall und hier am reakten dafür ist ja der kanal da immer schön reaction meine meinung meine fachkundige meinung an die ganzen newcomer da draußen die mir halt ihre songs hier her schicken und ich reagiere darauf ich mache auch schon seit 2003 musik und ich denke mal da kann ich auf jeden fall einiges zu sagen uns das mal geben hier only one habe ich mir auch nichts gegeben da gebe ich mir jetzt einfach mal etwas hier von only one mit natur fehler ich bin auch mal gespannt jetzt ist es raus es wird langsam zwei wenn ich weiß jeder hier was poli one heißt ich gehe ans mic und mal sogar die hater mit schreien packt die butts aus wie wie man mich mit papers beschmeißt es ist so weit ich lass euch einfach mal lass die hater mit schreien und du siehst wie die mich mit paper beschmeißen richtig nice richtig nice auch der beat direkt der beat drop wieder reinkommt und ich finde auch die referenzen am anfang die nochmal schön reingeschnitten worden sind da ist auf jeden fall liebe dahinter mach doch mal ein album ich war nur beschäftigt mit meiner mutanten verwandlung richtig nice man schön schön nochmal abgespaced hier sind die super aus brennt das haus mit zerange ich leuchte eine truppe aus der rest auf den staub ich manipuliere die feuerwehr lass uns vom geheuer raus und der fache das feuer yeah wisst ihr woran man p1 erkennt check it out back from the dead it's the place where i rest i'm on the mic messing with me you're messing with the best jetzt wisst ihr woran man guten rap erkennt check it out back from the dead limbo glan poli warm i'm on the mic messing with me you're messing with the best passt schon ist klar ja mann ich weiß es jeder ist der beste heißt es langsam wirkt es dick ich pein nicht in der nase wollen sie heimlich zeigen dann die fukul jeden ostern feiern wir bei dir ich kann dicker eier legen ihr wollt messen na dann pack nochmal die ostern feiern wir bei dir ich kann dicker eier legen ja mann nice auch schön übertrieben auf jeden fall auch die hook ist sehr geil ne da sind auch nochmal die die referenzen drinne ne hier poli one hier echter hiphop und so und dann kommen diese referenzen mit rein richtig geil lass mich mal am blanziehn bevor ich blank ziehe bin ich auf hiphop safari nice mann auch schönes video ne da hab ich auch noch nix gesagt das video ist auch schön gemacht ist halt trotzdem minimalistisch aber ist trotzdem sehr geil gemacht hier auch hier mit dem hintergrund ne und auch mit dem fischei effekt und so das kommt ziemlich geil jeder wäre hier gern der beste ein klassischer naturfehler gute hausage gute hausage jetzt wisst ihr woran man guten rap erkennt 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 jetzt hab ich auf jeden fall gecatcht mann das ist hiphop das ist hiphop schönes sample auch sehr nice sehr nice richtig nice ding auf jeden fall könnt ihr euch abchecken poli one naturfehler hier gebt euch gebt da gern mal ein like gebt da gern mal ein abo ne auf jeden fall hier auch alles produziert von poli one beat ne auch zum beispiel zum beispiel auch das album kammerflimmern ne könnt ihr euch auf jeden fall geben dann wie gesagt alles produziert von poli one vom video bis zum beat alles komplett nice auf jeden fall nice ding auf jeden fall sehr sehr nice hat mir gut gefallen ja auf jeden fall ein sehr gutes ding gewesen gefällt mir ganz gut wenn euch das video hier gefallen hat dann könnt ihr gerne einen daumen nach oben dalassen ein kommentar dalassen die glocke aktivieren und ein abo dalassen ghost gang und dann kommt mir nicht mit ich hab kein twitter äh twitter ich hab hier kein twitch ne dann macht ihr ein twitch account so kostenlos mensch ha 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 hä ha 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 Bis zum nächsten Mal.